Jo Leute, was geht ab? Willkommen zur mittlerweile vierten Folge von Boom Beach und ja, ich habe heute mal ein bisschen wieder abgewartet, seit ich das letzte Mal online war und ja, ich war natürlich mal wieder online zwischen der letzten und dieser Aufnahme. Die letzte Aufnahme ist jetzt gerade mal ein Tag her, also ich nehme zur Zeit schon relativ häufig auf, es ist gerade Sonntag und ja, morgen, dann sind die Ferien endgültig vorbei, das heißt, das hier ist das letzte Video aus den Ferien und ja, nur so als kleine Randinfo für die, die es vielleicht interessiert, deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Tage erstmal nicht aufnehmen und erst am Mittwoch oder so mal wieder, dass ich jetzt erstmal irgendwie drei Tage warte, weil ja, ich habe halt einfach nicht so wirklich die Zeit und wahrscheinlich dann auch nicht die entsprechenden Sachen zu zeigen. Ich werde natürlich auch weiterhin hier offscreen ein bisschen was machen, das heißt hier irgendwie, ja, Dörfer angreifen oder so, es werden mir bestimmt wieder welche hier geklaut, Dörfer verloren oder so, das steht dann bestimmt wieder da die ganze Zeit und die hole ich mir dann alle wieder und ich mache mein Zeug hier und das muss ich ja auch nicht alles zeigen und ich denke mal, dass es dann vielleicht mal wieder was Interessantes zu sehen gibt, wenn ich das nächste Mal aufnehme, ähm, schauen wir einfach mal, also, ja, ich bin schon mal gespannt, was es dann so, was dann so ansteht und, äh, ja, jetzt wird wahrscheinlich, äh, jetzt erstmal nur Boom Beach kommen als Let's Play und weniger Minecraft, ähm, ich habe ja gesagt, dass ich, äh, in Minecraft jetzt wieder eine längere Aufnahmepause mache, das heißt, ähm, ja, Boom Beach ist angesagt, ne, meine Freunde und, ähm, das wird jetzt erstmal die nächste Zeit so kommen und ich bin mal, ich bin noch überlegen, was mache ich denn jetzt, also, boah, wir könnten doch tauchen gehen, wieso mache ich denn das nicht, ähm, Tauchstelle gefunden, das habe ich ja, glaube ich, auch noch nicht in der Folge gemacht, einfach so tauchen gehen, für die, die es vielleicht nicht kennen, man kann ja einfach ein bisschen abtauchen, das ist eigentlich ganz cool, ich, ähm, weiß auch gar nicht, was soll ich denn hier nehmen, ich glaube, ich tauche dann hier noch diese, die mittlere und die untere, ähm, die obere, weil die lohnt sich einfach nicht so wirklich, aber hier die untere, da kriegen wir schön viele Dias, und hier 16 Stunden, 21 Stunden, was nehme ich mal, ähm, ich nehme erstmal die untere und die andere machen wir dann, ähm, ja, und dann, es sind halt alle Tauchgänge aufgebraucht, das hat immer das Problem, und, ähm, da vorne hat man auch noch eine Tauchstelle hier, was gibt's hier noch zu holen, ja, nochmal Diamanten, bisschen Eisen, und hier unten, ja, immer diese Fragmente, die regen mich auf, diese Lebensscherbe oder so, ich kann das nicht leiden irgendwie, weil, ähm, ach, ich weiß nicht, ich finde das nicht so geil, dass man die ganze Zeit nur das kriegt und kein Holz oder so, ich meine, ich habe jetzt hier schon, äh, ein Meisterwerk, ich glaube, das habe ich ja in der letzten Folge schon mehr geholt, ähm, und hier noch zwei Wächter, ich habe jetzt mega viel Holz, äh, eigentlich, aber irgendwie komme ich trotzdem nicht auf so einen grünen Zweig, dass ich sagen kann, okay, ich habe genug Holz. Hier sehen wir schon, Produktion pro Stunde, 6500, ist eigentlich schon richtig gut, letztens hatte ich 2000 noch pro Stunde und jetzt so viel, Heimatbasis alleine 4000, und, ähm, das kommt halt hier durch diese ganzen Wächter und Masterwerke und sowas, und, ja, dann habe ich heute noch irgendwas geupdatet, ich weiß gar nicht was, ist jetzt auch egal, ähm, Boomkanone haben wir auch schon, äh, die sind schon relativ gut, ja, die lässt sich auch nochmal updaten, ähm, was wollte ich heute noch updaten? Achso, die Radarantenne, das dauert auch tatsächlich ein bisschen, 360.000 Holz, ich kriege ja am Tag irgendwie, wie viel kriege ich jetzt am Tag? 6500 mal 24, kann das mal einer ausrechnen und mir gerade in die Kommentare schreiben? Wird wahrscheinlich viel bringen, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall kriege ich so viel pro Tag, und das ist eigentlich schon relativ gut, muss ich sagen, und, äh, ja, so, Leute, dann, weiß ich jetzt gar nicht, was ich großartig machen soll, das war eigentlich so ein bisschen ein Status-Update, äh, ich denke mal in der nächsten Folge gibt es ein bisschen mehr zu zeigen, vielleicht kann ich auch mal filmen, wie ich hier, äh, in einer Operation angreife, das können wir auch mal machen, und, ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf, ähm, ob ich jetzt meinen Clan so zeige, das weiß ich noch nicht, das werde ich wahrscheinlich erst mal ein bisschen so geheim halten, einfach, weil das ein bisschen privat ist vielleicht, und die Leute vielleicht nicht auf YouTube, äh, zu sehen sein wollen, und deswegen mache ich das einfach nicht, aber, ja, ich bin jetzt auch schon länger in dem Clan, wo ich drin bin, da bin ich eigentlich fest, da kenne ich auch viele, ähm, im Reallife, die da drin sind, und das ist eigentlich ganz cool, und, äh, ja, da gab es auch in der Vergangenheit ein paar Streitigkeiten, vielleicht kann ich ja mal in einer Folge, äh, so ein bisschen zumindest erzählen, was es denn so für Streitigkeiten hier im Clan gab, da mache ich mal so eine kleine Quatsch-Volk wieder, und, ähm, ja, aber jetzt habe ich auch nicht mal so viel Zeit, das heißt, ich beende die Folge jetzt hier, ähm, ja, wir sehen uns dann, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Pläne, was wir so machen können, in der Folge oder so, und, ähm, ja, mal sehen, vielleicht werde ich in Zukunft dann auch sagen, okay, ich nehme jetzt nur alle zwei Wochen oder so auf, das wäre natürlich auch mal eine Möglichkeit, und, äh, ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, ähm, haut rein, bis dann, und, ja, ciao. Bis zum nächsten Mal.